So Leute, jetzt sind wir hier gerade am Set für den Kinofilm, grüner wird's nicht. Im Hintergrund seht ihr unseren wunderbaren Hauptdarsteller, das Flugzeug. Was macht ihr hier? Ja, wir lümmeln in erster Linie und ab und zu machen ein bisschen Wind. Hallo, das ist herrlich. Es ist wunderbar still hier in der Idylle. Was? Die Idylle. Ah, ja, ja. Idylle. Jetzt gehen wir zu Daniela, der Kamera vor. Hallo, eigentlich musst du jetzt gucken, der Bernd macht was ganz Verrücktes. Okay, also wir haben hier, die Aufgabenstellung war, ein Flugzeug im Stand, Flugsituationen zu drehen. So haben wir hier einen Riesendrehteller gebaut. So waren wir in der Lage, das Flugzeug in die jeweiligen Himmelsrichtungen zu bringen und tolle Aufnahmen zu machen. Magic! Jetzt wird das ganze Flugzeug gedreht. Wie krass ist das denn? Das sind deine Jungs. Ja. Also Muttergefühle, wenn du die siehst. So, jetzt gehen wir mal zum Oberbeleuchter. Bäm! Hallo. Hallo. Ja, so. Wie läuft's? Wie ist das Wetter? Wie ist das Licht? Spitzenmäßig. Wir haben hier so kleine Geräte wie da oben und, ähm, ja. So, jetzt gehen wir mal zum Christian, er ist ja unser Regieassistent. Nein, 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 nein! So, jetzt besuchen wir mal den Ton. Jetzt kommt, jetzt kommt die Angel. Die tote Katze, oder wie heißt das? Oh, ich glaube ich könnte keine Angel halten. Das ist auch schwer. Jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig zum Regisseur, weil der ist echt immer beschäftigt. Immer. So Florian, warum dauert denn immer alles so lange? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also... Eine sehr gute Frage, auf die ich leider auch noch keine Antwort gefunden habe. Ist so manchmal, eh so manchmal, ah so, ist so, ist so, Leben ist so. Schorsch! Schorsch! Der Schauspieler! Hey, jetzt spiele ich auch immer. Freust du dich? Ja, es ist immer, die Dreherei ist immer zwiespältig. Weil es ist Arbeit, aber das ist eine wahnsinnig tolle Arbeit, die macht wahnsinnig Spaß. Und ich könnte jetzt stundenlang schwärmen von dem Team und von allem drum und dran. Und was ich hier mache... Warum sind hier zwei Monitore? Weil wir mit zwei Kameras drehen. Ah! Jeder der beiden Monitore zeigt eine der beiden Kameras. Hast du ja schon mitgekriegt, ne? Heißt du nicht. Oder hast du noch nicht gemerkt, dass wir mit zwei Kameras arbeiten? Und das war Emma Bading live vom Set von Grüner wird's nicht. Gabriel St. Wurzungsvolle Er wurde vom kommen und den kleinen Kanton prediget. Er wurde vom Karte gestellt, 1-2-2. Er ist ein Mensch, wir haben ihn zuerst. Er ist ein Mensch, das wird aber auch nicht. Und er hat sich mit einem HBO-Karte Might geben. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, das wird es jeden Tag.